Ja halli hallo liebe Motorradfreunde hier sind wieder Frank und Dietmar. Moin. Ich wollte gerade sagen vom Motorradteste, aber noch bist du nicht mal Motorradteste. Ich habe jetzt schon ein paar Videos hier mit Frank gemacht aus seinem reichhaltigen Fuhrpark und jetzt im fünften Teil, da habe ich nicht mitgezählt. Doch, fünfter Teil ist das. Da geht es um auch ein besonderes Maschinchen und zwar die Kawasaki Ninja H2. Ist das eigentlich die richtige Bezeichnung? Ja, Ninja H2. Einfach nur H2. Genau. ZH2 ist die nackte Ninja, erstmal mit Verkleidung bei Kawasaki. Und ja, erzähl uns ein bisschen was zu der Maschine. Also erstmal die gibt es gar nicht mehr. Nee, also Kawasaki hat ja glaube ich 2015 angefangen die Kompressormaschinen zu bauen. Er ist einfach nur so als Ninja H2. Und danach kamen dann diese SE und SE-SX und wie sie alle heißen. Also mehr so in Richtung Tourer mit Radar und Pipapo. Das ist ja nicht so meins. Und diese richtigen Racer, die haben sie bis 2020 gebaut. Bis 2018 lief die Maschine mit 200 PS. Weil eigentlich ist es ja eine Ableitung aus dieser berühmten H2R. Ja. Die mit 300 PS läuft, aber ohne Straßenzulassung. Und diese hat eine Straßenzulassung und wurde dann ursprünglich auf 200 PS gedrosselt. Bis dann Kawasaki gemerkt hat, dass die normalen Sportmaschinen auch in den Größenorten kamen. Und dann haben sie nochmal ein bisschen am Mapping gedreht. Ja. Und diese von 2019 läuft jetzt mit 231 PS, beziehungsweise Kawasaki gibt mit REM-Air-Effekt 243 PS an. Und das genügt. Die Besonderheit ist eben, dass der Kompressormotor das nicht nur über die Drehzahl macht, sondern durch den Ladedruck. Und das führt zu einem guten Drehmoment. Ich sag mal gut. Die hat 140 Newtonmeter Drehmoment. Und wenn man die normalen Supersportler, auch die neuen anguckt, die haben alle 100, 110. Auch die neuen Ducatis haben 110, glaube ich. Ja, vor allem, die haben ja die Leistung alle erst oben. Das ist ja irgendwie, wenn du eine Fireblade... Ich bin letztens auch mal wieder gefahren, so eine Triple R. Natürlich geht das ab wie Schmitzkatze, aber erst ab bei 10.000. Ja. Vorher ist es herzlich wenig, wollen wir nicht untertreiben, aber das ist hier Kompressor. Vielleicht die Leute, die nicht wissen, wo der Unterschied ist zwischen Turbo und Kompressor. Also Kompressorantrieb, das sieht man hier. Das ist hier am Motor oben drauf, eine Turbine, die mechanisch angetrieben wird von dem Motor selber. Da ist ein Kettenantrieb und das ist dann eine Aufladung, die dafür sorgt, dass die Brennluft in einen Aluminium-Luftfilterkasten gezogen wird und von da dann unter Druck steht und in den Motor reingepumpt wird. Ähnlich wie ein Turbolader. Ähnlich wie ein Turbolader. Ein Turbolader läuft über Abgas. Und der ist mechanisch angetrieben. Also eigentlich, das Ding heißt im Englischen Supercharger und das andere heißt Turbocharger. Genau. Das heißt, im Grunde genommen, wie wirkt sich das aus? Ein Turbolader, gut, so viele Maschinen mit Turbo gibt es ja gar nicht. Das gab es in den 80ern, hat nicht funktioniert. Nein, hat nicht funktioniert. Genau, wegen des Turbolochs, das ist hier halt anders. Das gibt es hier nicht. Hier gibt es gar kein Loch. Also wir sind ja so ein paar Z, also ein paar Kompressormaschinen auch schon gefahren hier von Kava, die Dinger. Und ich muss echt sagen, also einmal waren wir, glaube ich, auf der Autobahn auch. Und da haben wir einfach alles gegeben. Das haben wir aber nicht gefehlt. Aber ich bin echt abgestiegen. Ich hatte wirklich Weiche. Also das habe ich echt selten. Das ist schon, da muss man schon, ja. Nein, es ist nicht grenzwertig, es ist definitiv drüber. Also zu viel des Guten. Das ist zu viel des Guten. Das sagt natürlich jeder jetzt, hier YouTuber, was erzählen die da, von wegen es ist zu viel Leistung. Aber wenn man mit dem Ding auf der Lernstraße rumfährt und mit dem vielen Drehmoment. Das ist, ich sage immer zu meiner Frau, das ist, kennst du Punica, diese alten Flaschen? Ja. Es ist wie Punica aus der Flasche trinken. Wenn du dir das Ding vom Kopf willst und dich nicht bekleckern willst. So ist es mit dem Ding zu fahren. Du musst so vorsichtig sein. Das Ding fordert wirklich viel Konzentration. Und ich habe ja immer Spitznamen für die Maschinen. Dieses hier nenne ich gleich Rottweiler. Weil es ist wirklich bissig. Und du musst sie eigentlich mal fahren, aber du wirst merken... Das habe ich heute schon ein paar Mal gehört. Du musst eigentlich vorsichtig sein. Die ganze Zeit immer permanent vorsichtig sein. Immer am besten zwei Finger auf die Bremse legen, damit man nicht am Gas ruckelt. Das mag sie nicht. Dann springt sie einfach los. Und die springt nämlich nicht bei 10.000 Umdrehungen. Die springt auch schon bei 3.000, 4.000 Umdrehungen einfach nach vorne. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich einmalig und ein sensationelles Fahrgefühl. Ja. Also ich weiß, wir streiten nicht, aber wir haben immer so bei uns auch im Team unterschiedliche Auffassungen von wie viel Leistung muss ein Motorrad haben. So Grundkonsens ist irgendwie 100-100. 100 PS, 100 Newtonmeter. Ja. Also das ist irgendwie solide, da kommst du... Und da gibt es so ein paar bei uns im Team, die sagen, also 70 PS ist eigentlich genug und alles über 100 ist viel zu viel und ab 150 hört es sowieso auf. Ja. Aber ich weiß noch, wie gesagt, bei diesen Z-Dingern, also es ist schon geil. Ich weiß gar nicht, wie man das ausdrücken soll. Natürlich braucht man diese Leistung, natürlich nicht. Ja, schon gar nicht auf der Landstraße. Ja. Aber wenn du irgendwie... Du weißt immer auf so einem Ding, du hast einfach immer so einen Druck, wenn du willst, ja. Das ist zum Beispiel, ich habe ja eine Triumph mit dem Speed Shuffle Motor. Die hat 125 PS und über 100 Newtonmeter und das ist auch geil. Aber ich kann, wenn ich dann mit dem 4.80 fahre, kann ich so machen, ja. Ja, ja, ja. Es geht vorwärts, okay. Aber es reißt mich nicht vom Hocker. Sollte man hier nicht machen. Sollte man einfach nicht machen. Ja und hier ist es, genau, bei diesen 200 PS Plus Bikes, Leute, wir haben jetzt kein Plädoyer für 200 PS Motorräder, bitte nicht missverstehen. Aber es ist, es fühlt sich wirklich nochmal anders an. So. Ich finde sowieso bei Motorrädern ist es immer so, so richtige Unterschiede gibt es immer erst bei der Verdoppelung. Also wenn du jetzt mal anfängst mit 27 PS früher. Ja, genau. So. Dann 50 PS Maschine. 50 war schon Dollar. Richtig was. Und dann brauchst du eigentlich schon wieder 100 und dann brauchst du eigentlich schon wieder 200. Ja, brauchen und brauchen. Ja. Ich meine, um wirklich einen Unterschied, einen griffigen Unterschied zu spüren. Ja. Aber das ist jetzt ein Erlebnis damit zu fahren. Also ich würde sagen, ein einmaliges Erlebnis. Ja. Sowas. Ich hatte vorher auch andere Sportler. Ich hatte zum Beispiel auch von BMW diese S 1000 Doppel R und so. Die ist ja auch nicht lahm. Nee. Nee. Oder? Nee. Aber ich meine, ernsthaft, verglichen mit der Ninja ist das Ding ein Fahrrad. Ja, aber das liegt an dem Kompressor, glaube ich. Das liegt wirklich daran, dass diese ganzen normalen Vierzylinder, die kommen halt immer erst oben. Ja. Und natürlich, wenn man die Tausende Supersportler hochdreht auf der Rennstrecke bei so einem Racing Day, dann laufen die super. Die wiegen ja auch weniger. Ich wollte gerade sagen, die ist eigentlich ein bisschen schwer. 238 Kilo, weil der Motor so massiv gebaut ist. Ja, auch Kawasaki hat immer ein paar Funde zu finden. Die anderen H2 sind auch alle ein bisschen schwer. Ja. Seit wann hast du die eigentlich? Seit 2019. Die habe ich neu gekauft in Hamburg. Also eigentlich kann man sie ja nicht kaufen, sondern muss sie im Internet bestellen. Ein Jahr vorher. Da gibt es so ein Bestellfenster. Und dann kann man sich anmelden und sich eintragen lassen in so eine Warteliste und vielleicht hat man Glück. Wie so eine Lotterie. Bei Helge Hoffmann oder wo hast du die gekauft? Nee, die habe ich bei Modbox in Hamburg. Ah, das Starkbein. Ja, ja. Okay. Der hat dann eine gekauft und gut Glück hat sie da hingestellt. Und dann bist du gekommen und da war meine Frau angerufen und gesagt irgendwie... Ja, und dann sagte meine Frau schon gleich, oha. Als ich mich drauf gesetzt hatte, das wird ja wohl was. Ach so, hier steht es ja auch. Motorbox. Aber, was nochmal wichtig ist, was ich nochmal erwähnen möchte. Man sagt immer, die Maschine hat so viel Leistung und die hat einen Kompressormotor. Ist ja auch alles richtig, aber sie hat natürlich auch eine Kayaba-Renngabel. Hier, man sieht das hier oben an den ganzen Einstellmöglichkeiten. Die Gabel ist wirklich das Beste, was man mitkriegen kann. Die hat ein Öhlins CTX-Federbein. Das sieht man hier. Das ist natürlich auch voll einstellbar und auch wirklich gute Qualität. Sie hat eine Einarmschwinge, sie hat gefräste Felgen, die auch eigentlich... Ich finde die ganz schick, die Felgen. Super schick hier, dieses Sterndesign. Ja. Sie hat natürlich ein Schaltautomat mit Schaltautomat drauf und Blipper runter. Dieser geile Lack. Das ist selbstheilender. Ja, ja, genau. Also, ich habe es nicht ausprobiert. Ja. Aber wir haben es einmal... Wir haben einmal unseren Coverhändler verarscht. Da haben wir nämlich... Was war denn das? Ich glaube, das war eine Versus. Also, die hatte das auch... So geteilt, ob wir am Schluss so... Und der Händler hat das ausgeschrittent, haben wir natürlich nicht gemacht. Ja. Aber es ist auch eine gute Idee, ne? Ja, ja, genau. Also, man sieht das ja. Der Lack sieht gut aus. Ja, ja, ja. Das ist die Maschine auch schon vier Jahre alt. Ja. Und ja. Wahnsinnsgerät. Wahnsinnsgerät. Genau. Und da habe ich noch so ein paar Sachen angebaut. Hier die Kleinkram. Brauchen wir jetzt nicht drüber sprechen. Aber vor allen Dingen auch so ein paar Carbon-Teile. Wobei, es gibt ja diese H2 auch als Carbon-Version. Ja. Was mir nicht so gut gefällt, weil sie gerade hier die ganze Kanzel vorne mit dem schönen Lack durch eine Carbon-Kanzel ersetzt haben. Ja. Das mache ich nicht leiden. Ja, okay. Und ich habe das jetzt so gemacht, das ist nicht die Carbon-Version, die offizielle, sondern das ist die, in Anführungsstrichen, normale Ninja H2. Aber ich habe hier überall Carbon-Teile angebaut. Ja. Von FF Carbon. Ich habe einmal alles gekauft, was sie so anbieten. Aber das ist schon jetzt ein Cover-Zulieferer quasi, ne? Ne, ne. Das ist so freier Hersteller. Ja, aber du bist da nicht hingefahren und die haben angefangen zu designen, sondern das kann jeder, also das ist ein Standardprodukt, ne? Nein, nein. Die haben eine eigene Website, da kann man eingeben, welches Motorrad man hat und dann kann man sich die Teilchen aussuchen. Alles klar. Da muss man noch so ein paar Sachen hier, welches Gewebe, habe ich auch gar nicht gewusst, das ist jetzt Köper-Gewebe und so und dann noch ein Glossy und Pipapo. Also nur ein paar Sachen, man muss sich ein bisschen mit beschäftigen. Und dann habe ich mal einen Winter lang das Ding auseinander gebaut, die Geborenteilchen herangebaut und irgendwie ganz gut geworden. Frank, das musst du nochmal erklären. Das haben wir bei einigen Motorrädern schon gesehen. Das ist so eine Reißleine für so eine Airbag-Jacke. Kann man dann hier raus machen und dann steckt man sich das so in die Jacke rein. Ja. Benutze ich... Zu Anfang habe ich es oft benutzt, aber das habe ich mehrere Fehlauslösungen produziert. Also die Jacke ist super, ich bin zu blöd dafür. Und an der Tankstelle absteigen und immer die Jacke auslösen und man steht... Ein Michelin-Männchen. Man wird ja ausgelacht, da kommt keiner zum Helfen, die Leute lachen einen aus. Ja und was passiert dann eigentlich? Die Luft geht nach zwei Minuten wieder raus. Aber dann muss so eine neue Kompressor-Kartusche rein. Kann man selber machen. Okay. Das hätte ich ja keiner vorgesehen. Aber die Jacke ist super, aber ich komme damit nicht klar. Naja, aber ich meine bei solchen Motorrädern ist es schon gar nicht so eine dumme Idee, ne? Gibt es ja auch jetzt mit elektronischen Sensoren drin und so. Gibt es jetzt mittlerweile von Bernese und von allen möglichen. Ja. Da waren das ja so ganz spezielle. Mittlerweile machen das alle. Ja. Und kriegt man schon ab 500 Euro. Okay, das ist ja jetzt nicht die High-End-Variante, aber macht sicherlich auch Sinn. Also ein Airbag. Macht auf jeden Fall Sinn. Und ja, sollte man vielleicht auch mal überlegen. Also ich finde, wenn man solche Motorräder fährt, kann man sich das wirklich überlegen. Dann kann man auch noch eine Airbag-Lacke dazu kaufen. Ja. Also was für ein... Was sie noch hat, ist hier der elektronische Lenkungsdämpfer. Das ist ja auch nicht selbstverständlich von Öhlins. Elektronen? Der sich anpasst an die Geschwindigkeit. Ach, der wird dann strammer. Der fängt erst weich an und wird dann immer strammer. Ach so. Und was man auch unbedingt erwähnen muss, ist dieses Bremssystem. Natürlich hat sie ABS und sowas, also Kurven-ABS mit 6-Achsen-Sensor. Aber sie hat das sogenannte KIBS, Kawasaki Intelligent Brake System. Ja. Und das ist nicht so, dass man bei dieser Maschine das ABS in Stufe einstellen kann. Wie zum Beispiel bei anderen Maschinen, kannst du Racing, Street, Rain, kannst du einstellen. Das macht sie selbst, ne? Das macht sie selbst. Die Maschine guckt dir quasi zu, was du machst. Das haben aber auch andere Kawas, KIBS. Ja und dann, als ich auf der Rennstrecke damit war, kam ich damit nicht so gut klar. Ja, hat sie zu früh. Erst war es ganz normal, dann bremst du ordentlich, dann regelt das ABS, denkst du alles klar, ich weiß Bescheid. Ja. Und in der nächsten Runde hat das ABS gelernt, du bist ja jetzt beim Race Day. Achso. Und regelst später. Und das ist ja alles gut und schön, aber du weißt gar nicht, was das Motorrad macht. Also die Technik ist toll, aber wieder lag das an mir, ich kam damit nicht so zurecht. Naja, aber wenn man dann zwei, drei Runden gefahren ist, muss... Dann hat sich das irgendwie eingerichtet. Ja, würde ich gerade sagen. Muss ja irgendwie dann irgendwann funktionieren, ne? Mhm. Lass mich nochmal hier die Zündung machen, das finde ich auch schon geil hier. Das finde ich bei... Also normalerweise ist ja hier, gibt es sowas ja gar nicht mehr. Und das finde ich ganz stark, dass Kava das so lange gemacht hat, hier mit diesem analogen Drehzahlmesser. Du kannst hier Schrägladen, Zeug und Beschleunigungssensor und Boost-Anzeige und so. Ja, komm, damit wollen wir die nicht langweilen. Also das ist schon... Was ist das eigentlich hier? Also es gibt die nur als Solo, ne? Ja, ja. Gibt's nur als Solo-Maschine. Also das ist auch... Da will keiner mitfahren. Ne, das stimmt. Ja, Mensch. Obwohl, die war ja auch in dem neuen Top Gun. Ja. In dem Film. Ja. Dann gab's ja den ersten Top Gun. Da hat ja Tom Cruise die GPZ-N100 gefahren. Und in dem neuen Top Gun, Maverick jetzt mit einer H2. Hab ich gesehen. Und witzigerweise nimmt er auch mal seine Freundin mit. Das geht eigentlich gar nicht. Ne. Ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben. Naja, haben sie umgebaut, ne? Ja, irgendwas umgebaut. Wahrscheinlich war das sogar eine R, ne? Naja, wahrscheinlich war das... Das kann auch sein, ja, genau. Und was haben wir denn hier? Bridgestone 200... 250. Ja, das sind Bridgestone RS11 Rennsport-Reifen. Ja. Die gehen auch für einen Track-Day ganz gut. Ja. Also die können natürlich viel mehr als ich kann. Wer das ganz so oft der Fall ist bei solchen Reifen. Auf der normalen Landstraße muss man ein bisschen gucken, weil die ein bisschen warm gefahren werden müssen. Nicht viel, aber jetzt gleich hier vom Hof runter und los geht's. Ist für nur dann nicht... Das ist aber bei vielen Reifen so, finde ich, ne? Also, dass, wenn man mal Kart gefahren ist, so wie ich, unter der ersten Kurve mit kalten Reifen gleich in die Bandage geflogen ist, dann merkt man sich das. Genau, genau. Das muss man immer machen. Wenn man den Motor anmacht und losfährt, dann hat man sowieso schon gleich Respekt. Das ist also... Ja, wie er klingt, ne? Ja, ja, das ist schon... Ist irgendwie... Ist ein Rottweiler. Klingt ein bisschen humorlos. Ist so. Da hört der Spaß jetzt auf. Ja. Die Maschine sagt dir also, du willst fahren, können wir machen. Ist nicht lustig. Genau. Ja, genau. Ja, genau. Nein, aber ist trotzdem... Ist ein Erlebnis damit zu fahren. Jo. Und ist auch sammelwürdig, weil die wird nicht mehr gebaut. Wird auch so nicht mehr gebaut werden. Joa. Willst du nochmal... Musst du jetzt nicht, aber willst du nochmal verraten, was die gekostet hat? Oder lieber nicht? Die hat knapp 30.000 gekostet. Neu. Neu, ja. Genau. Aber die wird entsprechend auch deutlich teurer gehandelt. Also ich habe ja mobile schon Angebote mit 40 und mehr. Jetzt? Oder was? Jetzt. Echt? Und auch mit mehr Kilometern. Die hat 6.000 Kilometer. Du bist doch ein Anlagefuchs. Ist das. Genau. Das ist immer geil. Der Frau gegenüber, ne? Ne, genau. Es ist alles okay. Das Geld ist nicht ausgegeben, das Geld steht in der Garage. Es steht da. Genau. Und es wird mehr. Ja, ja, genau. Obwohl, man muss natürlich auch immer jemanden führen, den Preis bezahlt. Geben. Also man kann irgendwas für sie mäßig angeben. Die Maschine ist das wert, was irgendeiner bereit ist zu bezahlen. So ist das, ne? So ist das. Da machen sich viele Leute immer was vor und denken immer, ich habe hier die Geosammlung der ersten Ausgabe. Ja, wenn das keiner haben will, dann nützt ihr das nichts. Genau. Ich habe hier die tollste Nehmeer von ganz Deutschland, weil wir keine will die haben. Ja, genau. Also es ist auch für die Katz. Ja. Außerdem will ich sie auch nicht verkaufen. Ne. Okay. Das mal nebenbei. Gut, Frank, dann danke ich dir nochmal. Ich danke dir. Das war Video Nummer 5 von Franks Schirmmotorilern. Es gibt noch eine. Die machen wir gleich. Langsam schwitze ich hier auch ein bisschen. Aber es ist egal. Wir werden gleich noch schön ein bisschen fahren. Soundcheck gibt es auch noch. Ja, genau. Das war es hier aus der Nähe von Kiel. Wir grüßen euch. Tschüss. Tschüss. Frank hat doch ein bisschen Angst. Jetzt darf ich nämlich auf seiner Kawasaki Ninja H2 fahren. Das ist wirklich eine besondere Ehre. Das muss man wirklich sagen. Also bitte wer von euch ist schon mal eine Ninja H2 gefahren mit 230 PS? Bitte mal die Arme heben. Ah, ich sehe keine Arme. Also keiner. Ich hingegen. Mach das jetzt. Ich habe allerdings auch die Hosen gestrichen voll. Aber das habe ich mir irgendwie abgewöhnt im Laufe der Jahre, daran zu denken, dass ich die Hosen voll habe. Also ich setze mich jetzt hier drauf und fahre gleich eine Ninja H2. Ich habe jetzt, Frank, nochmal gesagt, bitte nicht so schnell, weil ich einfach wirklich Respekt habe. Das nimmt mir hoffentlich keiner übel. So. Ja, dann würde ich mal sagen. Motor an. Mal gucken. Mein Hintermann. Überholt mich jetzt gleich. Und dann fahren wir auch schon los, ne? Ein Blick nach hinten ist übrigens überraschend gut. Oh. 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 Oh ne, Leute. Ja. Oh. 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 Oh ne. Also ich bewege hier kaum mein Handgelenk. Oh nein. Oh nein. Was ist das? Und dann dieses geile Dinosaurier-Gerassel. Oh, das fand ich ja schon bei den anderen Sätze immer so geil. Von diesem Kompressor. Alter. Alter. Alter verteilt. Also. Also. Ich würde mal ganz eindeutig sagen, ich bin noch nie in meinem Leben ein Motorrad mit so viel Leistung gefahren. und ja das nötigt mir schon ein gewisser respekt ab ich weiß jetzt auch gar nicht ihr merkt ich bin so ein bisschen sprachlos ich weiß gar nicht so richtig was ich erzählen soll hier alter das also das ist wirklich waffenscheinpflichtig hier das gerät und ehrlich gesagt ich habe jetzt auch doch ein bisschen angst muss ich wirklich sagen also es hört sich komisch an aus ist so frank da vorne der gibt auch nicht gas weil er mir wahrscheinlich dieses vergnügen ermöglichen will aber ich habe einfach schiss ein glückende 50er zone ich bin so eine 30er herrlich ich bin so glücklich man ja okay ich höre jetzt mal auf ich weiß nicht was ich sagen soll ich weiß nicht was ich sagen soll das ist kein motorrad das ist tornado tornado ist zu langsam das ist ein euro weiter ist ja eigentlich schneller wahrscheinlich auch noch zu langsam also sowas habe ich noch nie erlebt und aber was ich noch mal sagen muss ist das finde ich auch so geil jetzt haben wir ja hier so langsam und wie kultiviert da ist der motor also der da rappelt gar nichts kein kette schlagen kein gar nix so jetzt fahre ich mal hier im dritten los selbst da ist das so wenn man bei stand gas im dritten los fährt und gas gibt oh nein 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 nicht das geht nicht mal nein nicht gas geben ich habe jetzt gar nicht ich hatte gar nicht die zeit jetzt ehrlich gesagt auf die geschwindigkeit zu gucken ich habe ich bin jetzt nicht zu viel zu schnell gefahren aber das ist ja mit dem motorrad wie soll man denn da bitte die straßenverkehrsordnung einhalten das geht nicht also liebe polizisten wenn immer ihr mal jemanden anhalten mit diesem motorrad habt bitte nachsehen da kann nichts dafür das motorrad kann nicht langsamer als 100 fahren das geht gar nicht ich nehme alles zurück was ich jemals bei irgendwelchen motorrädern mit viel leistung gesagt habe dass ich mehr gehen würde ich nehme alles zurück es geht mehr kawasaki ninja h2 so jetzt habe ich mich richtig zum affen gemacht ist mir scheißegal was ihr darüber denkt ist mir echt egal kann auch keiner nachvollziehen kann keiner nachvollziehen glaube ich der dieses bike nicht mal gefahren ist tut mir echt leid dass das so ein bisschen albern wahrscheinlich rüber gekommen ist aber das kann nur derjenige nachvollziehen der dieses motorrad gefahren das kann man glaube ich so punkt bringen ich bin völlig fertig hellauf begeistert die alarm enden und ja ich muss alles noch mal revidieren und neu überdenken was ich zum thema motorrad leistung bisher so in videos war gesagt haben sollte das hier ist der gipfel des gipfels der des himalayas ganz oben ganz geil ja das war es mit diesem krassen erlebnis ich hoffe ihr konntet ein bisschen was mit empfinden hier während des videos stramme angelegenheit tschüss